büchen hallöchen das immer wieder zurück und ja hier geht direkt mal weiter hier so wie soll dies eine leiter und man hat mich gut da juckt dann glättern wir mal hoch was gibt es hier oben schönes und da ist was immer direkt mit alles mit was wir mit ihm können wieder gegengibben stein ist die kiste wir unterspringen immer die kiste natürlich auch mit ein schwersten anständige schwert das ist danke seems you found something good supplies like that are valuable never overlook got it i'll remember that Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Wir müssen uns ein Moment um uns zu spüren. Aber ich habe es kaum noch zu spüren. Ich spreche dir selbst. Was willst du, Metal? Es sieht nicht, dass wir uns folgen. Es ist nicht so, dass wir uns folgen. Wenn du es nicht so gut fühlst, dann schweißt du es später. Du hörst du Boss? Du hörst du Boss? Alles klar. Was haben wir wieder gekriegt? Selten, okay. Dann können wir rasten. Die Juhl in der Kiste? Oh, genau. Du weißt nicht so, was du? Ah, gut. Ich glaube, es ist Zeit für dich zurück. Sag mir, warum wir Dannons sind, um uns zu arbeiten, um uns zu spüren? Tag in, Tag in, Tag in? Tag in? Nun, wenn du das so sagen, dass wir nur die Ränne für sie verwendet haben. Und du denkst, es wäre es schneller, wenn sie all diese hochwertige Technik die haben? Warum gehen sie zu all das Problem, um auf die Schmerzen, auf die Schmerzen, auf die Schmerzen? Du hörst. Was die Rennens wirklich nachher was die Rennens wirklich nachher es ist, Astral-Energie. Sie sind die Astral-Energie die in der ganzen Welt en, die in der ganzen Welt sind die Erwachsenen und in der ganzen Welt und in der Welt sind. Und sie tun sie das gleiche wie sie haben für die letzten 300 Jahre, die wir uns Dannons als mehr Siphons. Right. Sie haben die Maschinen für Minerals, aber die Dannons von Dannons braucht eine Spirit-Core. Any Astral-Energie die Erwachsenen durch ein Spirit-Vessel auf den Weg zu werden, in einem Master-Core. Aber warum gehen zu den Problemen zu collectieren all diese Energie in der ersten Zeit? Sie brauchen wirklich all diese Ruhe nur für die Astral-Arte? Es ist die Soverein. Soverein? Ist das die Rennens-Ruler? Exactly. Five Lords each doing whatever it takes to gather as much Astral-Energie as they can and store it in their Master-Cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan Motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master-Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time?! Relax, Hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are two things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master-Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master-Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master-Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the Lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. I... Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together, we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Sound good? sounds good. No, no, no. ich war jetzt was laut was ist denn denn von da kamen wir muss man da schon ist wie was zum einsammeln da man auch noch was man natürlich auch mit schon hier ein paar sehr interessante das ist ein Vieh das sind kleine Fischer gut die nutz und die nutz doch mal die hoch nur das viel platt könnte schwer werden ok haben wir keine chance haben wir keine chance kann man auch abhauen kann man hier gleich auch abhauen auch ein schlag ok alle verbunden sind gestorben okay alles klar und wir keine chance nein nicht dahin haben wir keine chance da haben wir keine chance ich habe 43 alter schwede was bist du hier jetzt geschafft und hier etwas ok warte mal hier unten kann ich mich irgendwie heilen okay so was haben wir denn hier so schönes dünn 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 da mit enter benutzen kann ich nicht okay okay dünn 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 gehen wir mal jetzt da runter und nun ist das zeug rüsen 3 aua kann ich mich mal heilen bitte einmal heilen bitte hallo oh bin schon wieder gestorben okay oh scheiße ich kann es nicht glauben ich weiß jetzt die frage wir haben ja lebensdränke aber die kann man irgendwie nicht benutzen benutzen ach so nur äh komm komm ja mal speisen herstellen mal speisen herstellen okay alles da wir heilen wir die jetzt wir können die entscheiden das ist blöd oh was bist du denn hier das ist eine eule danke okay das sind zwei nein wir gehen hier rein wir gehen hier hin wir gehen wir gehen die die wir sind wir sind auch wir sind Okay, Leute, das ist es. Ulzebeck. Keine Ahnung von Rennin. Die Rennins sind nicht so populär als die Dannins. Wahrscheinlich denken, dass die Rennins in einen Ort wie dieser wäre eine Waste von Precious Manpower. Das ist also wo der nächste Safehouse ist? Ja. Der letzte Ort, wo sie denken, ist auf der eigenen Tür. Da werden wir auch mal hier speichern. Nicht, dass wir so lange denn hinbleiben. So, dann finden wir hier vielleicht irgendwas, was wir brauchen können. Hm, ja. Wie kann ich nichts machen? Oh, wir haben hier einen Api gefunden. Wenn man bestimmt gebraucht will, äh, 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 äh. G-Effekt sind zwar beide geheilt. Was ist das jetzt? HP? Ach so. So. Ich bin da eine. So. Ich bin sie hoch. Ich bin hier irgendwas, was wir auch brauchen können. Scheint nicht so. bourg. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier freelance. Ich bin hier neben der Azubung. Du hast ihn geschafft. Ich hab dich, dass ihr das gemacht hat. Ich hab zu, sagst du, dass zerfaktionsnachst. Ich helfe mir nicht. Ich habe das einfach gar nicht geblieben. Entschuldige, er sei Dank. Also, was das Lernen? Das ist richtig. Wir können das nicht messen. Es ist nun oder nie. Dann ist es nun. Wir haben alle das ganze Zeit für lange zu lange warten. Lass das Plan zu mir. In der Zwischenzeit... Ja, du musst auch etwas machen über deine Outfits machen. Okay, dann kriegen wir jetzt neue Kleidung. Sehr schön. Okay, wir haben ein neues Kampfauftritt. Okay. Was denn Auftrag? Okay, brauchen wir nicht. Ach, mach ich raus, danke. So. Was haben wir hier noch? Da haben wir den Stern. Das ist der Ausgang. Wir können hier irgendwie was kaufen oder mitnehmen. Mal gucken. Hühnchen. Nur Hühnchen essen. Okay, ist auch nix. Kerze haben wir hier. Neues Schwertbär noch. Perfekt. So. Was haben wir hier? Gucken wir uns doch mal hier mal ein bisschen um. Irgendwann muss doch hier geben, oder? Was uns vielleicht nützlich sein könnte. Hier ist nix. Okay. So wie es aussieht nix. Und ist auch leer. Aber ich würde sagen, dann ist die Folge hier leider schon wieder vorbei. Oh, ein Schmied. So, die Schmiedin? Ja. Aber gut. Dann ist die Folge wie gesagt auch leider jetzt hier schon wieder vorbei. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.